Das zweite Training mit dem neuen Daniel Birovka hat übernommen und man meint eine gewisse Gelöstheit in der Mannschaft der Löwen zu spüren. Dabei heißt es jetzt jedoch volle Konzentration auf die letzten vier Spiele, um den Gang in die dritte Liga abzuwenden. Wie bereits in der Antrittsrede erwähnt, ist Birovka einer von ihnen, praktisch einer aus den eigenen Reihen. Ob das die Mannschaft beflügeln kann, bleibt abzuwarten. Der neue ist sich jedenfalls nicht zu schadevoll mit einzusteigen und hat bereits verkündet, wer nicht mitgeht, wird Probleme bekommen.